So, herzlich willkommen zu Frieden Level 21! Mit erhöhten Gamma Werten könnt ihr natürlich nicht sehen, wegen, weil ich hab's noch nicht drin was. Warum hab ich eine Taschenlampe? Brauch ich die? Keine Ahnung. Wow, okay. Was? Wir können mal in sich rein. Wow. Vorher geht's blau hier rein. Ja, klar. Und da lächelt sich der Dinn da vor. Das finde ich auch sehr schön. Ah ne, hab ich früher gar nicht vergessen. Oder? Waaah. Wuhh. 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 Dann guck mal, was ich erwartet. Am ich noch frei? Ja komm doch. Ähm., ich hoffe, routern es. Ja, da war ja klar. Boah Alter, gleich 4 Stück, 3, 3. Halleluja! Wie mach ich den D Drys, weg? Och? Neh! Oh, mannt gut. Och! Wow. Ja, das war klar, dass ich das set in dir sammle. Och? Neh. warum ist denn das geld mit dem trottel gar nicht in den viertel ach wow ja okay das ist eine falle wenn ich jetzt reingehe ja gang in die hölle ohne wiederkehren ja war ja klar ich versuche so viel von hier aus aufzuräumen was überliegt scheiße rum und der jetzt ist jetzt hat er nur gerade hier irgendwo eine rein teleportieren ich gehe jetzt mal die richtung hier genau hier kann ich holen sie laufen die richtung da ist nichts was ich aussagen kann oder wobei ich einmal die super shotgun benutzt habe eine kacke aber gleiche wonach drofen und gar find das ja jetzt hätten das habe ich heute irgendwas gesagt ... nee, komm. Aaaaahhhh.... Ja, klar, ich bin super ... ... was ja auch logisch ist ... ... jetzt ist das aber ein unfaires Spiel. Na, wir sind beide besprochen. Da kommen die beiden her. Was? Ach man, jetzt reicht mir lang da. Alter, das geht's doch gar nicht. Komm, teleportier dich her. Aber automatisch. Wie teleportiert er sich rein? Kann das irgendjemand sagen? Kann hier irgendwie langlaufen oder wie? Oder was? Hallo. Alter, fallen und da nur noch rein teleportieren. Das hab ich gern lieb. Oh Mann, Alter. Hier ist doch einer gestorben. Nein, keiner ist dabei. Oh, hier sind auch noch wieder drei. Wie viele kommen denn eigentlich? Aber jetzt hätten sie mal mehr oder was? Wie sind denn noch so für Raketen? Hä? Vielleicht nicht hier langer gut geflopft. Oh, da ist jetzt ein roter. So ein, äh, Dixler-Monster. So, hier muss ich auch fahren. Und da ist hier. Ach du, kacka, Alter. Da ist schon wieder so eine Web, auf die ich überhaupt keine Bock habe. Das will ich jetzt wieder nur ins. Die ledige ich mal ganz kurz auf die Klassikartung. So, wir sind hier auch die Schüchte. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen jetzt quasi rein. Oha. Aber sobald wir reingehen, geht die Tür zu und kommen also nicht mehr hier raus. Wir werden also tropft sich das nochmal speichern. Und jetzt mal gucken, was passiert. Oha. Vor allem die Frage ist, wer ist die da positioniert, und da wird schon noch den Stand rein? Wow. Okay, da ist schon mal ein Webernetz-Urbuch. Oh, wow. Oh, wow. Digger, ernsthaft. Alter, jetzt versteht ich, wo die Fücher herkommen. Ich stehe doch gleich mit davon zu geportern. Und man kann dann diese Teleporter, wie man die da hinten sieht zum Beispiel, äh, nein, die da, so einstellen, dass sie nicht nur auf Mensch, also das halt nicht zu Menschen teleportieren, sondern halt auch Viecher. Äh, wo hat das auch noch einer? Alter. Oh, wow. Nein! Oh, Mann, ey. Ach, Gott. Das wird ein Albtraum. Hä? Na, ja, hab's schon verstanden. Hab's schon verstanden. Gut. Ich muss erst mal die ersten Fücher von den Teleporter weglocken, sodass die alle herkommen. Ah, kommt, hat an. Wow. Ach, Mann. Ernsthaft, Leute, was soll denn der Kalle? Hä? Äh? Klar. Klar. Da kommt einer fehlt noch. Mindestens einer. Wirklich runterfallen. Ich hole ihn wieder. Ich bin jetzt sehr aktiv geworden. Ist ja wenigstens keine Überraschung mehr für mich. Oh, Gott. Hab ich schon mal gedacht, das heißt, ich soll schon in einem Zettel? Ach, komm, jetzt hier. Antragen. Oh, interwerfen. police. Oh. Das Runterschießen ist ja echt ne Qual. Und jetzt dann. Das ist voll daneben. Nee, du, das ist ja hier schon illegal. Ach Gott, ich geh nicht. Da ist ja auch nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Okay. Oh. In der Luft. Vorher Typen. Oder. Was? Alter, trifft die? Wow, ein A2-Deport war. Die sind ja echt voll verdient, kann das sein? A2-Deport dann wieder ran. 8. Er, ein A2-Deport. 10. Er, ein A2-Deport. 11. Er, ein A2-Deport. 12. Er, ein A2-Deport. Boah, Alter, hä? Wow, jetzt war ich immer bei der Wand. Oh Mann, ey, das ist schon wieder so kacke. So, um ja. Oh, komm. So, um ja. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Gehen wir mal weiter. Oh, wow. Gehen wir mal weiter, wo wir hier kommen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. da wer findet solche sachen und hier sind schon mal gute sachen das rote ist auf jeden fall selber zum weg teleportieren, weil die kommen hier nicht mehr rauf oder? die hast ich gerade gar nicht, ne doch, die kommen hier aber nicht mehr rauf gut, ok, jetzt also wir müssen das roten teleport da, wo immer der uns wieder hinkriegt mal wieder in gang ins ungewisse, weil hier so schön fluchrot die munition rumliegt, werde ich auch die mal erstmal nutzen hier ach du kacke oh leute jetzt war das scheiß ernst hier ja, lass mich jetzt wenn er nicht bieten, dann darf dann ich kracht alter, was ist denn hier los? aber wie gesagt, mittlerweile ist es ja wohl klar mittlerweile ist es ja wohl klar, wenn ich das hier darstellen soll und ich bin nicht begeistert ok, wir haben hier einen schalter, wir haben hier hinten einen schalter, also zwei schalter die questchen ist, welcher ich jetzt drücken muss ich drück einfach mal den ja war das klar? die antwort ist klar war das klar so, jetzt drück ich mal den hier oh, achso, ich muss so oder so beide drücken ok, hier haben wir nochmal ne Rüstung, sehr schön dann war die am Anfang doch nicht verschwindet, das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht zu wissen oh nein, ich höre schon wieder ein Archweil oder was anderes oder was anderes Böseres ah wow also ich brauch definitiv die hier hä, wunderte Leute, freut ihr jetzt so, dass wir hinter mir? lol ich brauch Rückspiele, Alter ich brauch mal sowas wie, hä? Alter, Leute bitte ihr habt ja hier also ich weiß ja nicht also ist ja schon das ist ja schon echt illegal hier heute hier abgeht ok, jetzt haben wir so ach, das ist das Ding, was wir da vom Start aus gesehen haben oh 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 meine Wicke jetzt bin ich beim Starten? ach, verleg mich so so da hinten ist sogar noch ne blaue Perle das ist sehr schön vielleicht gibt's ja auch nochmal ne blaue Rüstung ich fähre noch 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 wer ja achso da oben ist ja noch wow ok das können wir bebrauchen das können wir bebrauchen das können wir vielleicht bebrauchen das auf jeden Fall da oben ist auch noch ein bisschen die Missionstechnik kommen wir da raus? Leider ok den Rest hier dich auf jeden Fall und dich lasse ich mal da liegen so jetzt haben wir den blauen Ding den kommen wir jetzt zurück hier schon mal nicht ach hier irgendwo war einer so was hältst du zusammen mit blauen? äh was können wir mit dem blauen machen? also ich sehe hier nur Teleporter auskommt auskommt aber auch mit dem blauen gelben Schlüssel ach ja war noch das rote Ding oh Gott äh die gibt's ja auch noch die gibt's da ja die gibt's da ja leider auch die muss ja auch fallen hier nicht in die Seite zu fallen aus das war sie warum war noch ein roter er leg mich doch leider ist auf die Entfernung die Waffe hier die einzige die wirklich gut ist die Waffe hier die einzige die wirklich gut ist und wieder 400 äh 200 Schuss verbraucht ah ne ja ja also nicht hier ist jetzt wieder hier lang? ne ne äh hier war doch irgendwas ach doch hier hinten ist noch so blaue Schall da kack Dings gedöhnt gut dann zieht wir mal den äh ah wo bin ich jetzt so? äh ok ach hier oben drauf bin ich jetzt so holle hohe das habe ich nicht mehr geschlüsselt aber ich komme jetzt endlich mal wieder raus und aus dem Ding hier gibt's ja noch ja jetzt zieht wird halloo oh mein Gott wird immer enger hier Handy das geht ja einfach nur rum ach ne das geht ja einfach nur rum mich doch das hatte ich gefühlt es noch ein secret gut ist da unten noch mal lang? ok ähm ja Plasma kann ich immer gut gebrauchen oh hier wäre ein Volk gewesen ich hab mal vorher gucken sollen ob ich überhaupt noch brauche ja doch ja doch Corona 100er ah gut dann nehme ich mir aber ein bisschen mal direkt die Wache wobei ich da aufpassen muss dass ich lass mich auf am Arsch ich auch die blaue Perle mitnehmen aus Versehen äh 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 die Magie das ist jetzt schon hart und gern soo 20. Versuch ok haben wir hier nochmal ne Wurstung bekommen jetzt nehme ich mir mal das Ding hier alles andere bleibt erstmal nicht liegen außer vielleicht doch genau also nur wegliegen jetzt bin ich hier nur wieder weg jetzt bin ich hier nur wieder weg ok ok jetzt haben wir den gelben Schlüssel und den blauen den roten Skull also Schädel genau die brauchen wir hier für die Türen äh wir haben von der Shotgun relativ viel ich denke ich muss mal die jetzt kopf oh Gott die weg auf ein Schaden hier oh Gott ähm dann nehme ich am besten die Türen oh nein Oh! Master ist... Quatsch... Hier... Witzschuld... Cyberdemon, genau... Cyberdemon, zu dir... So... So... Guck mal... Um das Ding auszulösen... Wow... Achso... Oh nein 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 nein... Ach du Scheiße... Ich bin gefick... Yay... Achso, den geht dann immer wieder hoch... Na gut... Was ist hier? Oh, noch so ein Viech... Na komm... Ach, ich seh schon... Bei der roten Seite ist genau das gleiche... Nur in schwarz... Also ich kann jetzt hier nochmal kurz rum gehen... Und dann von der langen Seite reingehen... Dann hab ich den Bereich da auch... Ja genau... Ist ja voll gleich... Achso... 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 So... Jetzt kommt hier auch wieder wieder... Und jetzt kommt hier ein bisschen... Melkiris... Hätten wir auch... So... Ja... Alles schön mitkommen... Wie... Was... Was mache ich heute mit Cyberdemon... Da war auch noch ein Helfer... Den ich hätte... Oh... Ich ahne es bereits... Ich glaube ich muss den Cyberdemon wieder Telestacken... Dann wäre es wirklich 1 zu 1 genauso wie in der... So... Was ist denn jetzt hierher... Achso... Ja... Die... Die Dark-Karriere sind schon vorher... In dem Ding reingebrannt... Gut... Dann mache ich hier erstmal weg... Ja... Da... Guckt mal einer an... Die... Er... Die... 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 So... Na... Ich hohe noch welche... Könnt ihr also welche... Kleinen da kommen... Na kommen... Das ist doch... Das ist ja mal so... Dauer... Was wollen wir mit euch? Ach, das noch so rüber? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Ja. Okay, die sind immer alle erledigt. Das ist bewusst, ob das Spider-Master meint. D- Cyber-Demon, natürlich nicht Spider-Master meint. Aaaaaah, warum kommt der runter? Da, warum kommt der runter? Ach, die Scheiße. Was hat denn jetzt, was hat denn jetzt, kann ich wieder rein zu schauen? Na gut, ich will hier jetzt erstmal hier ein bisschen grillen. Sohn den Platz haben wir ja mittlerweile auf dem Map rumgefliegen. Von daher. Das hätten wir. Na gut, der war jetzt schon fast verschwindet, aber lassen wir das. Hier gibt's doch das hier. Vielleicht ja wieder hier. Hä? Mir muss da irgendwas geben? Das steht jetzt nicht so gut. Ah, ja, okay. Ich glaub, ich weiß, wie die Dinger hier klicken. Jetzt kann ich hier runter gehen. Ich freu'n Schuss, komm ich doch nicht raus. Hä? Ich dachte, das wär's gewesen. Ich dachte, das muss ich so genau so machen. Kann ich hier jetzt auch nicht ziehen? Kann ich auch nicht? Kann ich auch nicht? Kann ich auch nicht? Hä? Ich bin verwirrt, was soll ich jetzt machen? Ach ja, hier ist ein Schalter. Und auch nicht. Also es muss noch der Schalter nicht malen. Ich hab' keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Gut, das weiß ich schon mal nicht. Das weiß ich schon mal nicht. Da kommt man nicht rein, ne? Genau. Was muss ich denn jetzt tun? Okay, ich geh' mal nochmal die Map ab. Vielleicht hab' ich hier irgendwas übersehen. Wie das soll ich genau heute gehen? So, hier haben wir den blauen Kier, den roten Kier haben wir geholt. Ansonsten nicht hier hinten. Da hinten haben wir verkackt. Außerdem war da grad noch ein Monster drin, hat man gehört. So, hier kann ich auch dieses komische Innerefeld. Genau. Hier war auch der Telefon. Ach ja, siehst du denn? Da haben wir sogar noch einmal in Vegas hier. Sehr schön. So, und hier kommen wir wieder nach hier. Machen wir hier noch was? Nee, ne? Ja. Das macht so viel überhaupt keinen Sinn. Was sollen wir denn jetzt noch machen? So, dann kommen wir hier wieder hier raus. Ja, dann kommen wir hier rein. Genau. Ah! Okay. Mit den Schaltern gehen auch die Dinger da runter. Ja, da kommt noch ein weiterer. Ein weiterer Falserleiter. Nicht nur noch die Dinger da runter. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Hä? Ähm Ähm Hä? Ah! Alter, diese Teleporter, die machen mich nicht gaga. Meine Maus machen mich auch gaga. So. Oh Gott. Oh oh. Ich bin aber eigentlich blöd, ich hab doch noch massenweise von der hier. Jetzt sollte ich auch die mal verwenden. Ich voll honky komm. Da, hab noch massenweise von der. So. Na komm. Na na. Na na. So. Oh. Ach, das ist das Ziel bereits. Na super, dann wollen wir da noch mal rein. Am Endeffekt, genau. Noch mal hier schön alles mitnehmen, was zu haben ist. Raketen, gucken, nachgeladen ist. Sehr schön. Äh, alles andere ist auch nachgeladen. Okay, dann holen wir uns jetzt noch mal diese komische Megasphäre. Wie das war, denke ich zu. Zu wissen, und zwar ganz verlangt. Und zwar wirklich richtig schnell. Nein. Ich hab's vermattelt. Wow. So. So, nächste Frage. Was ist denn der Schalter hier? Okay, der bleibt aktiv. Ist also nichts, wo ich mich beeilen muss. Ist ja schön. So, hier muss ich jetzt allerdings drauf achten, dass ich es richtig... Ah, das ist schon einer. So viele Schalter hier. Was machen die denn alle? Mein Gott. Ich muss jetzt nochmal die ganze Zeit die gedachte Megapop laufen, um mir eine Schalter hier zu suchen. Es gibt doch noch über zehn Gegner. Heilige Scheiße. Äh, das war falsch. Da wurde lang. Ah, wow. Ich muss da echt... Okay. Heißt also, die Linie wird hier voll umfiel geträgert. Und ich frage es dann halt nur wo. Hier wird noch irgendwas geträgert. Fuck! Mann ey, das ist doch Bullshit hier. So. Wollen wir jetzt hier weiter? So. So, jetzt ja. Von hier aus beeilen. Ah, dieser Map ist schon wieder so kompliziert, ey. Das wird jetzt ja schon wieder eine Woche, äh, auch physisch und zwischendurch folgen. Danke. So. Die Frage ist, was habe ich jetzt mit dem mit dem Knöpfen aktiviert? Das wüsste ich schon gerne. Das wüsste ich schon gerne. Ich hoffe einfach mal, dass da was über Geiles. Da ist ja wohl nicht so hochwertig mit der Wiede. Da ist doch nicht so hochwertig mit dem Knöpfen. Da wollte ich mal. Ich wusste, ob es ja noch auf die Wiede habe. Ah, die hat sich nichts geöffnet. Äh, guck. Hat mir also nichts. Gut, dann gehe ich nochmal raus. Gucken, ob hier irgendwo was... irgendwo was aufgegangen ist. Oh, ja, da ist was aufgegangen. Ich habe mich erst noch getroffen, ich glaube es nicht. Oh, wow. Ah, nice. Ja, doch, das kann man schon hart feiern. Ja, und jetzt hier? Achso, ja, dafür, dass man hier auch ins Ziel laufen kann. Kaum, bleib ehrlich, der Punkt. Der Umweg würde mir zu lange dauern. Feierabend. Das war schon wieder... Ich weiß nicht, haben wir... Nein, war natürlich keine Mission eingesammelt. Sorry, aber wenn wir die Möglichkeit haben, dann muss ich es auch leider nutzen, als andere würde mein... ...kahle Ferse zerstören. Sonst könnte ich nicht mehr wohl schlafen. Und da wir hier so was Schönes haben, nehmen wir das auch gleich mal. So. Äh... Wie kann man überhaupt noch mal ins Ziel? Da wurden wir irgendwo da reinsteckend produziert, aber ich weiß gerade echt nicht mehr von wo. Das war das von der offenen Tür da hinten irgendwo, ne? Kann das sein? Ich guck mal nochmal. Dann können wir mal den offiziellen Weg gehen. Nein. So, schon mal nicht. Dig, ach, ich hab's doch gerade hingeschafft. Deswegen geht's so dumm an. Bitte. Ich darf eben nicht rennen. Ich muss nochmal laufen. So. Ach ja, genau. Ja, okay. Direkt in der Mitte. Okay. Der hinten war das auch eingelernt, Kaff. So. Jetzt haben wir alles. Ja. Vielleicht verdanken wir? Hoffe ich? Ja, komm mal. Aber man, Alter, das war schon hier ein Level eh. Äh, dann schauen wir uns auf.